Moin Moin, hier ist der Chris und hier seht ihr das Futak Runenalphabet und da möchte ich euch auch gleich mein neues Projekt mal vorstellen. Das Messer der Kinderjahr, das mein Vater gemacht hat und mit Hilfe dieses Runenalphabets ist, möchte ich meinen Namen in Runenschrift hier auf die Scheide aufbringen. Da wird mit einem Bleistift vorgezeichnet und dann mit einem Brandkolben reingebrannt. So, dann machen wir das mal und dann melde ich mich später wieder. Bis nachher. So, ich habe jetzt erstmal die Runen mit dem Bleistift aufgezeichnet, das da oben ist die Rune Yisa für das I, hier ist die Rune Ingus für das NG, hier, ich weiß nicht ob man es richtig erkennen kann, die Rune Wunjo für das V, hier die Rune Ansus für das A und Raido für das R. hier. So, fertig. So, fertig. Jetzt weiß jeder! başka enn der des Runenlesens mächtig ist dass das mein Messer ist vielleicht werde ich noch da unten ein bisschen mit Mustern verzieren oder da hinten aber am wichtigsten war erstmal der Name gut, danke fürs Zusehen bis zum nächsten Mal und Tschüss! Tschüss!